hey leute und willkommen auf meinem kanal ich mache das jetzt alles einfach relativ freestyle ich denke einfach dass da meine art und weise am besten rüberkommt als wenn ich das jetzt so skripte und sowas erstmal zu mir ich bin steven zum jetzigen zeitpunkt 18 jahre alt komme aus norddeutschland und bin geboren im kotbus falls es jemanden interessiert ihr seid hier gelandet auf dem kanal steven zeit den gibt es seit 2018 und ich habe mich immer davor gestreut einen kanal trainer zu machen und das soll gleichzeitig auch ein umschwung sein denn dieser kanal läuft ab jetzt strukturierter so wie ich mir das vorgenommen habe und ja das war der kanal bis jetzt was ihr nun auf diesem kanal sehen werdet ab montag kommt der neue upload plan vorab möchte ich aber sagen es kommt nicht jede woche dieser upload plan sondern vielleicht mal ein bis zwei videos pro woche es ist halt nur für mich und vielleicht für euch auch als gedanke es ist montag ehrlich dieses und dieses video hoch weil ich das immer in kategorien einteilen am montag kommen sehr stark produzierte sachen wie beispielsweise meine serie support your local club am montag könnte zudem aber auch sowas kommen wie ich zeige euch wie man am besten mit youtube startet oder halt generell stärker produzierte videos die euch auch weiterhelfen am mittwoch kommen mittwochs vlogs ganz normal vlogs challenges youtube trends alles mal nachgeguckt einfach wo ich mich frei auslassen kann in meiner kreativität am freitag kommt eine serie namens internet games da teste ich verschiedene internetspiele oder ich reakte auf verschiedene sachen im internet auf youtube am sonntag kommt mein neuer podcast und zwar zeit auf allen plattformen die unten verlinkt sind einmal hier auf youtube auf spotify und co es geht um die verschiedensten themen ihr könnt uns vorschläge machen wir machen uns selbst vorschläge über die aktuellsten themen labern wir einfach jede woche sonntag das steht auf jeden fall fest kommt ein zeit cast und die anderen videos kommen wie gesagt wahlweise aber man einfach nur weiß montag mittwoch freitag sonntag das sind die ebenen die kommen könnten und für mich vielleicht auch ein kleiner plan damit ich mich daran orientieren kann